tony halt doch mal die schnauze du sollst arbeiten ich weiß das ist für dich ein begriff der gibt ja für dich gar keinen sinn so wie ein lebra kranker genau legastheniker kennst du dass ein lebra kranker zu hause ist die füße stehen vor der tür und vor allem bloß oben im pümmel und wie tanzen lebra kranker das ist die fetze fliegen ja es gab so viele sind eigentlich ist es sehr böse also war schön dass sie eingestellt haben wir sehen uns beim nächsten mal umfrage